hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge dragon ball z kakarott ja wir sind ja letztes mal hier so ein bisschen verreckt aber nichtsdestotrotz will ich jetzt erst mal gucken wo hier irgendwo so ein feuer ist wo ich mir was zum essen beraten kann ich hatte schon mal auf die karte geguckt ich mal nach hier rüber da ich kann auch nach unten fliegen das einmal auch frisch und da kann ich mir auch essen machen und fliegen nach da das auch ein feuer ist doch gefunden der mahlzeit essen ich hoffe ich habe noch irgendwas aber letztes mal alles verraten dann essen mit dem mal fisch 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 ich bin falsche taste immer noch sehr schön ok mehr habe ich nicht gleich können jetzt nur mit fisch arbeiten ich habe mir jetzt mit einem kleinen plan gemacht erst mal noch falsche taste dann gehen wir mal ein bisschen angeln ein zwei fisch hier noch russer ein zwei fisch hier noch russer na kommt erhol da haben wir den alien weißt du schon ok dann angeln wir noch mal den großen möchte ich haben jawohl noch ein und wieder zwei dann angeln wir noch mal jetzt kommt der große ja komm ja nur den kleinen wieder ah diesmal nur super geschafft ok und nochmal ja komm großer das ist große weg großartig jawohl so dann gucken wir mal recht kochen ich hoffe man kann uns jetzt nein leider nicht schade ok mit dem fisch können uns nichts kochen aber wir sind erst mal voll wo war das denn ach da hinten war es untersuchen empfohlener stufe 30 ist das ok dann fangen wir mal mit schere stein papier an und dann das das ist das das Oh, ja, ich hab uns wieder. Oh, hau doch rauf da, komm. Immer schön rauf hauen. Au. Au, au. 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 Also no, piccolo. Ja, das ging gut. Du hast folgen in den Strich schon gelernt. Okay. Wieso habe ich da jetzt nicht? Machen wir jetzt mal zweiter. Sieht nicht. Erst mal einer was essen. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Da muss ich. Komm her. Ich nehme natürlich auch noch gerne mit. XP's, die kann ich immer gut gebrauchen. Da muss ich mal… Nein nicht. Ich hab gerade mal ein bisschen geübt mit dem hin und her teleportieren. So, dann gucken wir mal ganz kurz in den Charakter rein, oh, 13.000, also 130.000 brauchen wir. Uh, das ist viel. Ich hab gedacht man braucht, ich brauch weniger. So, ach so, hier wollte man eine Mahlzeit essen. Ein... Pinchen? Nee. Ähm. Rostfleisch? Nee, ich will eigentlich so einen Alienfisch essen, aber... Da. Den nehmen wir uns natürlich. Wenn er nicht schon geht vom Gericht. Also das weiß ich, wenn ich wieder zu Hause bin, muss ich Geld haben. Ganz viel Geld irgendwie. Kamehameha, bitte. Jetzt sollte das ja eigentlich... Boah. 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 Voll erwischt. Boah. Boah, von der Seite. Boah. ja das ist noch auf kloppen hier jetzt alles gemacht und ich habe ganz schön viel leben hatte ich nicht gedacht dass es so schwer ist doch ganz schön schwer jawohl die ersten oh ich habe noch zwei jetzt bin ich tot das sind dreimal zum gohan oha training band ok steht auch da dreimal zum gohan warum er das nicht genommen hat ja denn es hat mein plan eigentlich fast nicht ich mir heute ein bisschen vorbereitet habe das ist ja nix weiter gedacht hier ist noch ein dorf oder so ein komm ich nicht hin ich komm ich nicht hin hm 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 Mr. Alpha Team hört mir einer, ein Riesenfisch zu euch, der rein verdammt keine Antwort, das war wohl, es ist egal, was sie sagen, gib uns mehr Geld, wir kommen zu wenig für diese arbeit ok die kapsel und kann man nicht kaputt machen ich komme nicht hin, schade war ein Versuch wir versuchen es nochmal ok Kampf O Oha, der mich. Hi. Ich krieg der halt meine ab. Nein. Au. Toll daneben gehauen. Ich bin auch noch getroffen. Oho. Los aber. Jetzt aber komm. Rauschlagen. Rauf. Immer rauf da. Glück, 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 glück. Kein Lalo-Stick. Na gut. Ja. Okay. Alles klar. Das haben wir uns ja schon mal angeguckt. Das kennen wir ja schon. Na. Oha. Oh. Oh. Okay. Ich komm nicht weg da. Nein. Keine Chance. Keine Chance, leider. Schade. Okay, liebe Leute. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und dann versuche ich mir nochmal was anderes einfallen zu lassen. Also, haut rein, alle vier. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und dann, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank.